ARD Text im Auftrag von Funk Das ist der Walti, ein absoluter Nerd. Ab und zu habt ihr ein bisschen Probleme mit dem Hugo. Das war der Hugo. Das ist ein Informatiker. Aber den dürfen wir nicht stören, der ist am arbeiten. Der Walti ist jetzt traurig und verlässt das Schulzimmer. Da kommt der Walti wieder. Er findet das Gerätchen, das der Informatiker verloren hat. Er fragt sich, was man damit machen kann. Der Walty drückt auf das Knöpfchen und es passiert etwas Spezielles. Der Walty hat einen extremen Geschwindigkeitsbus bekommen. Wow! Der Walty kommt unterdessen zu einem Lift. Das geht aber lang. Aber der Walty ist nicht blöd. Er denkt sich etwas dabei. Ah! Vielleicht ist das Gerät ja kaputt gegangen, Walty. Komm, drück nochmal. Wow! Der Walty beobachtet den Informatiker. Und er sieht, dass er einen Energydrink hat. Jetzt drückt er wieder das Knöpfchen. Und was passiert? Er hat einen Energydrink in der Hand. Wow! 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 Komm, Walty, nimm schnell einen Schluck. Der Informatiker ist auf der Suche nach seinem Gerätchen. Und plötzlich sieht er der Walty. Doch der Walty will ihm das Gerät nicht geben. Jetzt ist er enttäuscht. Und was ist eigentlich mit dem Hugo? Ah, da kommt er ja gerade. Er ist ein Dritt. Wo ist das Gerät? Er ist ein Dritt. Das ist ein Dritt. Untertitelung des ZDF, 2020